Einen wunderschönen guten Morgen. Seht ihr meinen Atem, wie er hier nebelig davon haucht. Es ist bitterkalt. Wir haben heute den, muss ich kurz überlegen, den 9. Januar 2024 und ich befinde mich am Bahnhof Gehlberg. Es geht wieder zu Fuß. Klar, bei den Temperaturen ist Radfahren nicht so lustig und ich gehe ein bisschen in den Thüringer Wald und wie ihr da oben schon gesehen habt, an den Spitzen, da oben scheint die Sonne und hier oben drüber ist auch richtig blauer Himmel. Ich hoffe, das wird eine richtig geile Tour. Lasst euch überraschen, kommt einfach mit. Viel Spaß! Da hinten im Hintergrund guckt der Schneekopf raus und da dieser Felsvorsprung, den habe ich jetzt eigentlich als nächstes im Auge. Da möchte ich jetzt eigentlich hoch. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Aber ist das nicht genial? So ein Raureif und alles leicht überschneit und so richtig klare Luft. Richtig toll. Damit es nicht zu langweilig wird, ist auch das ein oder andere Hindernis eingebaut. Mal schauen, was noch so kommt. Das Licht ist einfach fantastisch. Hier ist alles voller Rehspuren. Das ist ja auch kein Wunder, weil da unten ist eine Futterkrippe und hier in dem Haus ist links an der Seite auch eine Futterkrippe dran. Das nennt sich jetzt hier der Schneetiegel und es ist auch gleichzeitig der Wilderer Pfad. Na gucken wir mal, ich glaube ich bin hier noch nie lang gelaufen. Das Zeichen vom Wilderer Pfad. Der Schneetiegel ist das tiefste Tal Thüringens. Dieses tiefe, sehr schmale Kerbtal wird umgeben vom Schneekopf 778 Meter, vom Lange Rhein oder Dörrkopf 844 Meter und dem Brand 885 Meter. Ein Kerbtal entsteht durch die Erosionseinwirkung von fließendem Wasser bei starkem Gefälle. Fast einzigartig ist, dass man hier ein Stück aufwärts noch Grund- und Endmoränen, also Fels und Geröll als Überreste der Eiszeit findet. Weiterhin kann man auch Porphylgestein treffen, indem sich zum Teil kristalline Einschlüsse wie zum Beispiel Achate, Bergkristalle, Amethyst, Raufquartz und Eisenglimmer befinden. So einige Bäche muss ich hier auch überwinden. Hier ist auch noch vor mir keiner gelaufen. Mal gucken, ob das hier jetzt mit dem Stein klappt. Ja, zack, von drüber. Es ist ja ordentlich kalt und wir haben hier locker minus 5 bis minus 10 Grad. Und da gibt es ja immer so Beschwerden über die GoPro, dass die nicht funktioniert. Ich mache das beim Wandern so, dass ich die mir in die Jackentasche stecke. Und dann ist sie so einigermaßen warm. Und ich habe auch das erste Austausch-Akku auch in der Hosentasche. Da ist das auch schon so ein bisschen vorgewärmt. Also vielleicht so als kleinen Tipp für Leute, die so in kalten Temperaturen unterwegs sind. Versucht die Kamera und das Akku so ein bisschen in Richtung Körpertemperatur zu bringen oder zumindest so über 0 Grad. Das funktioniert eigentlich bis jetzt ganz gut. Also hier unten rauscht es ganz schön. Wahnsinn! Das ist der Bach, der vorhin so wild geschossen ist. Hier ist ein bisschen sanfter. Das kriegt doch immer mal so einen kleinen Zufluss hier. Das ist eine richtige Abenteuer-Tour hier. Die Flüsschen sind ja noch ganz schön groß. Ich wusste schon über einige umgestürzte Bäume drunter und drüber. Das ist halt nur so ein Pfad. Das ist halt kein Forstweg oder so. Das ist nur ein Pfad. Und hier ist tatsächlich heute noch keiner gelaufen. Gestern weiß ich nicht. Es sind so ein paar leicht verdeckte Fußspuren. Aber die muss man wirklich mehr erraten. Ich erinnere mich jetzt auch. Ich bin hier schon mal lang. Ich weiß aber nicht, ob das auch zu Schneezeit war. Oder ob das mal ohne Schnee war. Auf jeden Fall ist das sehr schmal und sehr steil. Und ja, irgendwann komme ich dann oben an der Straße raus. Na, mal gucken. Ich kann mich auch entsinnen, dass ich mir damals schon gedacht habe, diesen Weg läuft mal besser hoch als runter. Weil runter geht das echt ganz schön in die Knie. Der ist auch ordentlich steil. Der hat einige Prozent hier. Und wenn das dann so ein bisschen lasse Wurzeln gibt, da rutscht man auch schnell mal weg. Also nee, ich laufe sowas lieber hoch. Jetzt läuft sich das hier richtig angenehm auf so einen kleinen Pfad hier. Und ihr seht, das kann nicht mehr lange dauern. Dann sind wir oben. Hui, hier ist mal so ein ganzes Stückchen Weg komplett vereist. Aber man kann hier, glaube ich, schön an der Seite laufen. Das werde ich schon hinkriegen. Oder auch nicht. Haha. Ich fürchte, ich muss hier auf die andere Seite. Uh, ist das glatt, Leute. Hi. Ich tue euch mal lieber weg. Meine Fresse. Hier ist nochmal so eine Stelle. Hier unten drunter ist das pure Eis. Nur so ganz leicht ein bisschen ein Hauch Schnee drüber. Hier geht es jetzt nochmal ein bisschen rauf. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber da oben scheint die Sonne. Ich muss irgendwie da hoch. Und da die Sonne noch so tief steht, habe ich hier auf der Nordseite jetzt natürlich noch keine Sonne. Das heißt, ich muss irgendwie schon noch ein bisschen höher kommen. Naja, anstrengend anstrengend. Also den einen oder anderen großen Schritt habe ich hier heute schon machen müssen. Das ist der Bach, den ich die ganze Zeit jetzt gefüllt bin. Jetzt geht es aber auf der anderen Seite weiter. Das ist auch ausgeschildert. Mal sind gut lesbare Schilder, meine ich. Aber man sieht schon, wo man lang muss. Also das ist schon machbar. Mal gucken, was noch kommt. Noch ein paar umgestürzte Bäume vielleicht. Also ich habe hier das ganze Stück schon Spuren eines Hundes. Teilweise auch zwei Spuren. Aber auf jeden Fall eine mindestens. Aber ich habe keine Fußspuren dazu. Also ich finde das ja sehr merkwürdig. Die sind neun Fußspuren. Die ganze Zeit schon. So wenn sind sie schon sehr verschneit. Aber diese Hundespuren, die sehen doch relativ frisch aus. Das sind auch immer mal solche wilderer Utensilien, sag ich mal. Das hier ist zum Beispiel eine Fangkiste. Da gibt es immer so ein Schildchen dazu, wo das dann draufsteht. Und das ist jetzt hier eine Schlagfalle. In Gelbär gibt es ja auch das Wilderer Museum. Da muss ich irgendwann mal reingehen. Das muss ich mir mal anschauen. Das ist bestimmt auch ganz interessant. Wir sind oben und wir haben jetzt die Sonne erreicht. Oder besser gesagt, die Sonne hat uns erreicht. Was für ein Bild. Boah, ist das schön. Oh, eine traumhafte Landschaft. Es ist nicht viel Schnee. Es sind wirklich nur ein, zwei Zentimeter. Aber dieser Raurei fährt überall dran. Boah. Das ist hier die Schutzhütte Güldene Brücke. Das ist jetzt hier zwar das R vom Rennsteig, aber wir sind noch nicht ganz auf dem Rennsteig. Da fehlt noch ein bisschen was. So, hier ist mein Tee. Lange werde ich aber nicht sitzen lernen können, weil ich bin durch das Bergauflaufen auch ein bisschen durchgeschwitzt. Und da fängt man dann auch schnell an zu frieren. Also ich werde jetzt nur einen Tee trinken und ich glaube, dann geht es auch schon weiter. Meine Jacke wieder schön zumachen hier und mich auf meine Decke setzen, die ich ja wieder mit habe. Das ist halt der Nachteil, man schwitzt dann und dann wird einem schnell kalt. Da muss man echt drauf gucken. So, erstmal alles zu machen. Eigentlich trocknen die Klamotten ja relativ schnell dann wieder alles aus, aber naja, trotzdem. Was für ein schöner Weg. Das ist genau richtig. Nur so ganz leicht überzuckert. Raureif an den Bäumen. Die Sonne scheint. Und ich bin die erste, die hier lang läuft. Hier gibt es noch keine Fußspuren. Aber ich entsinne mich, ich bin hier schon mal gelaufen. Ich weiß ja eben nicht, wann das war. Aber ich war hier schon mal auf dem Weg. Das ist ein richtig schöner Weg. Man muss natürlich ordentlich hingucken durch die Wurzeln und so. Es ist auch nicht immer gerade. Manchmal ist es auch ein bisschen schräg. Da muss man genau aufpassen, wo man hintritt. Aber das ist jetzt hier gerade ein schönes Stück. Deswegen kann ich die Kamera mal rausholen. Ansonsten habe ich dann doch lieber beide Hände am Stock. Und ich habe auch immer noch diese Hundespur. Also das ist schon verrückt, gell? Hier ist immer noch die Hundespur. Aber ich sehe die Fußspuren dazu nicht. Oder die sind so verschneit. Diese Blaubeersträuche. Alles dick mit Raureif. Ich empfinde das hier auch gar nicht so kalt. Es ist ja manchmal so, wenn da so klare Luft ist, dass die kalte Luft nach unten sinkt und oben ist es ein bisschen wärmer. Allerdings merkt man hier schon so ein bisschen den Wind, der hier dann doch oben in den höheren Lagen mehr zu spüren ist. Es geht. Ich habe ihn auch meistens von hinten. Aber ich merke ihn dann schon manchmal. Also ich kann mich hier gar nicht satt sehen an dieser Natur. Es ist einfach so traumhaft schön. Wir sind ja auch immer noch auf dem Wildererpfad. Und hier steht etwas so, die Wilderer als Tarnung benutzt haben. Zum Beispiel das Gesicht geschwärzt. Frauenkleidung angezogen. Auf Stelzen gegangen, damit es keine Fußspuren gibt. Oder die Schuhe halt verkehrt rum. Also diese Fußsohlen verkehrt rum drein gemacht. Und Masken getragen. Und da oben ist jetzt der eine Aussichtspunkt. Soll ich mal gucken, ob man da hinkommt? Und dann gleich auf meine Karte mal gucken. So, weiter hoch klettere ich nicht. Das kann ich mal machen, wenn ich mal irgendwie im Sommer hier bin, wenn es trocken ist. Aber mir ist das jetzt hier zu glatt. Das finde ich auch einmal um diesen Selsen drum herum gelaufen. Ziemlich, ja, ziemlich kraxe Tour. Dabei hätte ich einfach nur diesen schönen Weg hier nehmen können. Aber nein, ich musste ja unbedingt woanders lang laufen. Und das war drüber und drunter. Und ich musste sogar einen Rucksack abmachen, um unter dem Baumstamm drunter durchzukommen. Weil drüber glättern ging gar nicht. Dazu wach er zu hoch. Abenteuer. Puh. Jetzt muss ich nur eine Heil wieder hier runter kommen. Aber das mache ich im Notfall auch auf den Pops. Meine Hundespur ist jetzt weg. Dafür habe ich hier wieder normale Fußspulen. Aber auch schon ein bisschen älter. Also auch nicht von heute. Aber guck mal, was das für ein toller Weg ist hier. So richtig schön. Auch hier läuft sich das jetzt gerade so richtig geschmeidig. Ich habe tatsächlich heute noch keinen Menschen getroffen. In Gehberg ist zwar eine Dame mit ausgestiegen, aber irgendwann ist sie einen anderen Weg gelaufen. Und seitdem bin ich alleine unterwegs. Jetzt war ich so im Genuss von diesem schönen Winterwetter. Jetzt habe ich doch gleich den Abzweig zu dieser Sachsenburg verpasst. Bin da natürlich jetzt schon total weit vorbeigelaufen. Dann lasse ich das heute einfach sein. Dann genießen wir einfach so die schöne Winterlandschaft. Ist ja auch nicht so schlimm. Mache ich halt irgendwann ein anderes Mal. Wie kann die Kombination aus Schnee und Sonne und blauen Himmel nur so etwas Wundervolles sein? Unglaublich. Ich weiß jetzt auch, warum ich diesen Abzweig verpasst habe. Denn da war eine Ausschilderung des Gipfelwanderweges und die führte eindeutig nach rechts. Ich hätte aber nach links gehen sollen zu dieser Sachsenburg und die stand überhaupt nicht dran. Deswegen bin ich da falsch gelaufen. Okay, fürs nächste Mal weiß ich es. Jetzt kommen wir hier auch auf den Weg, den ich sonst immer mit dem Fahrrad zur Schmücke hochfahre. Das ist nämlich hier der Gera-Radweg. Und der führt jetzt auch noch ein Stückchen hier hoch. Und dann kommt die Straße und dann sind wir auch schon an der Schmücke. Das ist jetzt tatsächlich nicht mehr weit. Ja, da steht der Sachsenstein dran und die Seifertsburg. Ja, toll. Aber da, wo ich abgebogen bin, stand nichts. Oh, der Wind ist hier aber kalt. Also wen das interessiert mit dem Gera-Radweg, da muss man bei mir ein bisschen stöbern. Da gibt es auf jeden Fall auch den Gera-Radweg als Radletour schon bei YouTube. Hier hat man jetzt auch einen neuen Ausblick geschaffen aus der Not heraus. Also hier liegen auch überall massenhaft Baumstämme, Stapelweise. Hat halt Vor- und Nachteile. Es sind jetzt tolle Aussichtspunkte. Auch der Aussichtspunkt ganz am Anfang. Den hätte es nicht gegeben, wenn dann nicht die Bäume weggerodet geworden wären. So, hier geht es jetzt noch ein Stückchen weiter. Hier oben ist dann auch schon die Straße. Da sind wir gleich an der Schmücke. Mal gucken, ob die auf hat. Herzlich willkommen auf der Schmücke. Für ein eigenes Ortsschild reicht es nicht. Es ist halt nur so eine Besiedlung. Ja, hier an dem Hang kann man eigentlich schön rodeln. Aber sollte natürlich noch ein bisschen mehr Schnee liegen, als nur diese zwei Zentimeter. Das ist hier die Schmücke. Das rechte Gebäude, das war so die Wandererherberge, wo ich ja auch mal übernachtet habe. Vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren auf meiner allererste Rennsteigtour. Und das andere ist halt das Gasthau. Hier gibt es ja auch immer eine E-Band-Ladestation. Ich weiß nicht, ob die im Winter auch an ist. Ja, in diesem Winter scheinbar auch an. Und hier kann man sich normalerweise schön hinsetzen. Aber natürlich heute nicht. Außerdem pfeift hier der Wind rein. Aber man hat hier einen tollen Blick. Also wenn man dann hier Pause macht, das ist hier schon genial. Da tue ich mal den tollen Blick an hier. Es geht Richtung Norden. Boah, hier pfeift jetzt der Wind. Jetzt habe ich mal geguckt. Es gibt da noch eine Ausflugsgaststätte, die Suhler Hütte. Aber die hat vorübergehend geschlossen. Deswegen werde ich mich jetzt hier reinsetzen und Pause machen. Und dann den zweiten Teil runter Richtung Suhl laufen. Da gibt es noch ein oder zwei Highlights. Also bleibt dran. Das sieht von außen gar nicht so nett aus. Aber es ist nett hier drin. Ich bin jetzt ganz positiv überrascht. Das ist doch schön gefällt mir. Willkommen Sie gleich? Ja, echt? Soll ich mal sagen, ich bin hier öfters dabei in die Uhr im Mobilladen. Ich war ja noch nie hier drin. Jetzt bin ich frisch gestärkt und da wird man so müde. Ach, furchtbar. Jetzt kriegt man so richtig schwere Beine. Aber lecker war es. Es gab Hirschgulasch und Waldmeisterlimonade. Jetzt geht es erstmal so ein Stückchen auf dem Rennsteig lang. Und hier pfeift der Wind. Boah, das ist kalt. Da war ich jetzt hier. Schmücke, Gasthaus Schmücke. Höchste Ansiedlung am Rennsteig an einer schon im Mittelalter bedeutenden Wegekreuzung. Weitin bekannt wurde der Gasthof durch den urigen Wirt Johann Friedlich Johl. Dieser hat die Schmücke zu einer der bekanntesten Punkte des Rennsteigs gemacht. Zahlreiche Anekdoten und Geschichten vom alten Schmücke Johl sind überliefert. Damit kann ich leider nicht dienen, aber vielleicht kann ich es ja mal googeln. Jetzt sind wir hier wieder an der Messstation, an der Schmücke. Und hier sehen wir das Monatsdiagramm vom Dezember. Das sind die Messwerte von heute mit Feinstaub. Ozon ist ganz schön, aber ansonsten ist nicht viel zu sehen. Es gehört hier zum Umweltbundesamt. Minus 6,93 Grad. Luftdruck 915. 77,6 Prozent Luftfeuchte und 2 Zentimeter Schneehöhe. Windrichtung aus 91,1 Grad. Das ist relativ westlich. 6 Meter pro Sekunde Wind. Ah ja, die Wettervorhersage. Heute ist natürlich der kälteste Tag, aber minus 5 geht immer noch. Es wird dann ein bisschen wärmer. Aber es bleibt relativ sonnig. Der Wind lässt ein bisschen nach die nächsten Tage. Ja, schön. Sieht doch gut aus. Das ist hier diese Messstation auf der Schmücke. Ich verlasse jetzt die Schmücke auch schon wieder. Und jetzt geht es hinunter auf die andere Seite des Thüringer Waldes. Richtung Suhl. Und das geht jetzt immer ab. Das ist jetzt richtig entspanntes Wandern. Im Winter ist das auch alles geläubt. Da kann man sich dann hier runterrutschen lassen mit dem Schieren. Also wenn genug Schnee liegt. Winter ist ja gerade. Aber mit Schnee. Das sieht auch nicht so aus, dass wir in den nächsten Tagen ein bisschen Schnee dazukommen. Das ist sehr sehr schade. Alles was hier Langlauf ist. Das ist jetzt hier die Sula-Hütte. Aber da stand im Internet vorübergehend geschlossen. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt generell so ist. Oder ob die halt einfach nur vorübergehend geschlossen ist. Ist halt auch mehr so eine Baude. Die höchste Baude auf dem Rennsteig. Nach Goldlauter will ich jetzt nicht. Aber zum Triefenden Stein ist jetzt das nächste. Der ist noch 1,2 Kilometer. Und Richtung Haidersbach sind es 3,7 Kilometer. Also das ist jetzt alles nicht mehr so weit bis nach Suhl rein. Und hier haben wir schon mal einen ersten kleinen Ausblick nach Südeln. Es ist zwar diesig. Aber man sieht da hinten so ein bisschen die Gleichberge rausgucken. Und ich denke mal wir haben nachher auch nochmal einen richtig schönen Ausblick. Ich hoffe, dass da nochmal so ein Punkt kommt. Ja, hier geht es jetzt so einen Blick Richtung Suhl. Das Ringberghotel. Das verschwindet aber jetzt gerade hinter den Bäumen. Da hinten hat man die Gleichberge. Ja, da geht es halt immer weiter Richtung Südthüringen runter. Ins Fränkische hinein. Was man dann auch relativ gut erkennen kann. Dass diese Raureifspitzen an den Bäumen, dass das dann auch relativ schnell aufhört. Je weiter man südlich kommt. Und hier unten im Süden ist sowieso ein bisschen wärmer. Also hier kommt meistens die wärmere Luft eher an. Das heißt, hier ist schon gleich viel weniger Eis und Schnee. Da geht mein Weg weiter. Auf zum nächsten Aussichtspunkt. Ja, der Wind ist hier doch ziemlich unangenehm. Der pfeift hier noch ganz schön rein. Und ich habe die Sonne auch von vorne. Das heißt, es blendet manchmal so doll, dass ich gar nicht sehe, wo ich hintrete. Wenn ich nicht sehe, wo ich hintrete, kann es auch mal passieren, dass man mal irgendwo auf Eis wegrutscht. Das ist gar nicht so ohne hier. Also man muss hier schon hingucken. Kann hier nicht einfach so munter loslaufen. Hier sind immer mal so Eisstellen. Keine Lust an auf den letzten Kilometer mir hier irgendwie die Knochen zu brechen. Weder auf den letzten noch auf den ersten Kilometer. Also hier sieht das wesentlich grüner aus als noch zu Beginn des Tages. Aber hier scheint einfach die Sonne viel kräftiger drauf. Das ist halt die Südseite. Die ist immer ein bisschen wärmer. Ihr seht, da sind immer mal so Stückchen, wo es da ein bisschen Schnee ist. Wo halt die Sonne nicht so hinkommt. Und dann gibt es wieder so Stückchen, die sind wieder komplett weggetaut. Hier haben sie ja auch ganz ordentlich weggeholzt. Weil diesen Ausblick gab es noch nie. Und was da vorne so weiß ist, das ist der triefende Stein. Und durch die Kälte ist das jetzt alles Eis. Na das gucken wir uns doch mal von der Nähe an. Aber zuerst genießen wir hier mal noch ein bisschen den Ausblick. Das sind keine riesigen Flächen, die weggeholzt sind. Das sind halt immer mal so kleine Ecken. Es summiert sich dann halt. Ich meine, der Ausblick ist jetzt natürlich fantastisch von hier aus. Das ist aus diesem Felsen hier, kommt überall Wasser. Und dieser triefende Stein hier, das ist so das Highlight. Und man sieht hier überall die Eiszapfen dranhängen. Triefender Stein, 851 Meter. Ist natürlich toll, dass der jetzt hier von der Sonne angestrahlt wird. Das finde ich natürlich klasse. Und sowas hat man halt nur, wenn er so richtig dicker Frost ist. Das ist krass. Das ist echt heftig. Ich stelle hier mal meine Stecker dazu. Dass man diese Dimension mal hat. När es der Bann ist der Bann. Und dann, dass ich die Ecke. Und dass der Bann ist. Seht ihr, wie hier oben der Wind durch pfeift? Das ist echt ganz schön ungemütlich teilweise. Hier ist wieder eine dieser schönen kleinen Wanderhütten. Die Hütte am Rosenkopf. Zur Not kann man da auch sich mal hinlegen mit der Isomatte. Also wenn der Wind nicht wäre, wäre das echt angenehm. Aber durch den Wind merkt man erstmal, wie arschkalt das Ganze ist. Boah, das macht jetzt echt keinen Spaß mehr. Aber ich muss sagen, ich habe ja meine GoPro immer in der Jackentasche. Also hier in der Manteltasche drin. Und die hat keinen Kälteaussetzer. Also das funktioniert. Ihr könnt nicht immer auf die Kamera schimpfen. Die Akkus sind einfach nicht dafür gedacht. Und da gibt es jetzt auch diese etwas kälteresistenteren Akkus. Ich weiß aber nicht, ob die für die GoPro 9 passen. Deswegen, es funktioniert ja auch so. Jetzt bin ich endlich mal irgendwo, wo es nicht ganz so windig ist. So ein bisschen Windgeschütze ist gleich viel angenehmer. Die Sonne scheint hier noch so leicht durch die Bäume. Ja, jetzt geht es halt immer weiter Richtung Sui runter. Ist jetzt kein spektakulärer Weg mehr. Aber es lässt sich richtig schön gemütlich laufen. Ich lasse mir auch Zeit. Ja, mein Knie spinnt wieder ein bisschen rum. Von daher muss ich sowieso langsam laufen. Aber ich glaube, so weit ist das jetzt nicht mehr. Und dann schaue ich mal nach der Bushaltestelle irgendwo. Und dann kann ich ja mit dem Bus dann bis zum Suhler Bahnhof reinfahren. Dieser Weg hier runter nach Suhl-Heidersbach ist sogar asphaltiert. Vielleicht sollte ich mir diese Ecke mal so ein bisschen in meine Fahrradroutenplanung mit einbauen. Für den Sommer, mir das mal so ein bisschen vormerken. Weil ich hier unten tatsächlich relativ wenig mit dem Rad unterwegs bin. Aber es ist ja gar nicht so, um kompliziert von Effort zu erreichen. Ich kann hier mit dem Zug bis Suhl runterfahren. Das ist eigentlich überhaupt kein Thema. Ja, vielleicht sollte man das tatsächlich mal machen. Es wird immer weniger Schnee hier. Da liegt tatsächlich in Effort mehr Schnee als hier unten. So, jetzt kommen jetzt auch schon die ersten Häuser. Ja, Suhl-Heinersdorf ist ja auch nur ein Teil von Suhl. Suhl besteht eigentlich aus ganz vielen kleinen Dörfchen, die dann irgendwie mal zur Gemeinde Suhl zusammengeschlossen wurden. Aber der Altstadtkern von Suhl ist auch nicht wirklich groß. Schade, dass da so kalt der Wind ist heute. Sonst hätte man hier schön nochmal ein Päuschen machen können. Für mich geht es jetzt hier runter Richtung Hauptstraße. Und da ist dann auch irgendwo eine Bushaltestelle. Und dann gucke ich jetzt mal, wie die Busse fahren. Und dann überlege ich, ob ich noch ein bisschen weiterlaufe. Also einfach noch ein paar Bushaltestellen weiter. Ja, und dummerweise habe ich meinen Sonnenaufklips-Dings verloren. Muss ich mir da jetzt ein neues besorgen. Weil ich finde die eigentlich gar nicht so unpraktisch. Die sind eigentlich ganz gut. Wenn man jetzt nicht permanent die Sonnenbrille auf- und absetzen möchte, macht man das Ding einfach so rauf und runter. Geht eigentlich ganz gut. Ich hätte das eigentlich auf der Brille lassen sollen. Aber nein, wie es dann halt so ist, habe ich es woanders hingeklipst. Und da habe ich es verloren. Naja. Dummheit muss bestraft werden. Ist einfach so. So, jetzt bin ich hier an der Bushaltestelle Richtung Suhl-Bahnhof. 15 Uhr ist durch. Es ist jetzt 15 Uhr 4. Der nächste fährt erst in einer Stunde. Tja, was mache ich denn jetzt? Da laufe ich jetzt einfach noch ein Stück weiter Richtung. Mal gucken, wo ist denn hier Zentrum? Ach da. Habe ich jetzt nochmal auf der anderen Straßenseite geguckt. Da war auch nochmal eine Bushaltestelle, wo der Bus in die Gegenrichtung fährt. Also der fährt jetzt praktisch hier wie so ein Kreis. Und da werde ich dem Bus jetzt praktisch entgegenlaufen. Und der würde in einer knappen halben Stunde fahren. Das ist ganz okay. Da laufe ich jetzt noch gemütlich noch ein Stückchen. Setze mich dann in den Bus und fahre bis zum Bahnhof. Ja, deswegen will ich mich jetzt von euch vorhin verabschieden. Da passiert sicherlich nicht mehr so viel und wenn, dann hänge ich es hinten dran. Ja, war schön, dass ihr wieder dabei wart. War schön, dass ihr wieder bis zum Schluss geblieben seid. Das freut mich ja immer ganz besonders. Tja, wenn irgendwas euch interessiert hat, wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir mal, wie bei euch das Wetter so ist, ob bei euch Schnee liegt oder nicht. Es ist ja im Moment überall recht kalt. Und ob ihr bei diesen Temperaturen auch rausgeht oder ob ihr lieber zu Hause bleibt. Interessiert mich mal, ich möchte es gern wissen. So, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine schöne Zeit, was auch immer ihr gerade macht. Bleibt gesund und habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 ku. Tschüss. Tschüss.